Jörg Fauser, der Schneemann. Gelesen von Heiko Deutschmann. Blum sah auf die Uhr. Höchste Zeit. Er leerte die Kaffeetasse, nahm sich einen Zahnstocher aus dem Plastikbehälter und winkte dem Kellner. Die Rechnung war nicht hoch, aber er musste unbedingt bald ein Geschäft tätigen, wenn er sich nächste Woche auch noch ein warmes Mittagessen leisten wollte. Die eiserne Reserve tastete er nur ungern an. Er ließ ein paar Cent Trinkgeld in der Untertasse und winkte beim Hinausgehen mit der zusammengerollten Times of Malta dem Geschäftsführer zu, der mit der Tochter des Wirts zusammensaß und Karten spielte. Ein heller Junge. Vielleicht auch bald ein Kunde. Das Licht war so stark, dass es ihn einen Augenblick blendete. Er tastete nach der Sonnenbrille, und als er feststellte, dass er sie im Hotel vergessen haben musste, sah er neben der Kutsche mit dem altersschwachen Schimmel das Auto, das seit einigen Tagen immer in seiner Nähe war. Einer der beiden Männer, die darin saßen, stieg jetzt aus und kam auf ihn zu. Ein Kleiner mit schwarzen Haaren und einer Wildlederjacke. Er gehörte zu den Leuten, die ihre Sonnenbrille nie vergessen. Mr. Bloom? Obwohl er gerade etwas getrunken hatte, war sein Hals trocken. Er nahm den Zahnstocher aus dem Mund. Ja. Nur einen Augenblick, Sir. Der Mann klappte eine Brieftasche auf und zeigte ihm den Ausweis, der überall auf der Welt gleich aussieht. Bloom spürte, wie ihm der Schweiß ausbrach. Aus dem Zeitungsladen hörte er die Stimme des pensionierten englischen Majors. Die Daily Mail war auch heute nicht gekommen. Worum handelt es sich? Das wird Ihnen Inspektor Kassar erklären. Nur eine Formalität. Inspektor? Ich verstehe nicht. Ich bin Tourist. Aber Bloom verstand sehr gut. Und es war ihm klar, dass der Polizist das auch wusste. Der Major ließ sich wieder zum Daily Telegraph überreden. Und Bloom warf den Zahnstocher weg und folgte dem Polizisten zum Auto. Eine andere Möglichkeit schien es nicht zu geben. So früh am Tag. Es war ein kleines, muffiges Zimmer. Doch das waren sie ja meistens. Es gab einen Deckenventilator, der aber nicht in Betrieb war. Energieknappheit. Der Inspektor hatte seinen Stuhl zur Wand gerückt. Sein Gesicht lag im Schatten, aber Bloom hatte genug gesehen, um zu wissen, dass es nicht zu den Gesichtern gehörte, an die man sich gern erinnert. Straff gescheitelte braune Haare und ein permanentes Zucken um den fischigen Mund. Der dunkle Anzug war tadellos gebügelt, und die Finger, die in Blooms Pass blätterten, waren muskulös und perfekt manikürt. Sie legten den Pass beiseite, blätterten in einem Ordner und kehrten wieder zum Pass zurück. Vielleicht gefiel ihnen das Papier besser. Sie haben ein Touristenvisum, das für einen Monat gültig ist, Mr. Bloom. Inspektor Kassar sprach ein lupenreines Beamtenenglisch. Ein Bastard, dachte Bloom. Er nickte. Das Visum läuft in drei Tagen ab. Ich könnte es verlängern lassen. Aus welchem Grund sollten Sie das tun? Weil es mir auf Malta so gut gefällt, zum Beispiel. Sie halten sich jetzt schon geraume Zeit in dieser Region auf, Mr. Bloom. Für einen Touristen recht ungewöhnlich, finden Sie nicht auch? Ich kenne Touristen, die jahrelang unterwegs sind. Sie meinen die mit den langen Haaren und den Rucksäcken und Gitarren. Die jungen Leute. Aber Mr. Bloom, ich bitte Sie, wenn Ihr Pass nicht gefälscht ist, dann wurden Sie am 29. März 1940 geboren. Ich glaube kaum, dass Sie sich noch zur jungen Generation zählen können. Bloom starrte an die Wand. Eine Fliege inspizierte das Bild des Präsidenten. Der Mann sah vertrauenerweckender aus als Inspektor Kassar. Wahrscheinlich war das ein Grund, warum er Präsident geworden war. Darf ich fragen, was Sie von Beruf sind, Mr. Bloom? Die Stimme des Inspektors klang immer noch amtlich distanziert, aber Bloom hörte schon eine härtere Tonart heraus. Ich bin Geschäftsmann, Sir. Der Inspektor rückte seinen Stuhl näher und nahm wieder den Ordner zur Hand. Aha. Und welche Geschäfte betreiben Sie? Ich war zuletzt an einem Import-Export-Geschäft in Berlin beteiligt. Zuletzt? Nun, das Geschäft lief nicht mehr gut und so ließ ich mich von meinen Partnern auszahlen, um eine Weile Ferien zu machen. Eine schöpferische Pause, verstehen Sie? Jetzt war Inspektor Kassar ganz dicht am Schreibtisch und ein Streifen Sonnenlicht fiel über sein Gesicht. Die Augen waren gelb, Raubtieraugen. Bloom spürte sein Herz schlagen. Er machte die Zigarette aus. Seine Finger waren nass vom Schweiß. Für jemand, der im Import-Export-Geschäft ist, haben Sie ein ausgefallenes Vokabular. Mr. Bloom, schöpferische Pause. So ein Quatsch! Soll ich Ihnen sagen, warum Sie eine schöpferische Pause eingelegt haben? Weil Sie zu einer internationalen Bande von Kunstdieben gehören und in Marokko und Spanien und Tunesien und jetzt hier bei uns wieder mal in Aktion treten wollen, wie damals in Istanbul. Kassars härtere Tonart erinnerte Bloom an besonders rechthaberische Schullehrer. Der Inspektor steckte sich eine Benson & Hatches an und blies den Rauch über den Schreibtisch auf Blooms Bläser. In Istanbul? Ich verstehe Ihnen nicht recht. Kassar klopfte auf den Ordner. Sie verstehen sehr gut, Mr. Bloom. Im Jahr 1969 gehörten Sie laut Interpol der Organisation an, die aus dem Archäologischen Museum von Izmir Altertumsschätze im Wert von über zwei Millionen Dollar gestohlen hat, darunter das Diadem mit den zwölf Arbeiten des Herkules. Bloom räusperte sich. Inspektor, gestatten, dass ich Sie unterbreche, Sir, aber was Sie da aufs Tapet bringen, ist dieser ganze alte Wust von Verleumdungen, den ich schon damals bei der Polizei in Istanbul eindeutig widerlegen konnte. Wenn das heute noch von Interpol behauptet wird, handelt es sich um nichts anderes als völlig abwegige Gerüchte und Verdächtigungen, gegen die ich gerichtlich vorgehen würde, wenn mir meine Zeit nicht zu schade wäre. Kassar rang sich ein Lächeln ab. Sie würden gegen Interpol gerichtlich vorgehen? Ich muss sagen, Sie haben Nerven, Mr. Bloom. Ich hatte nichts mit der Sache zu tun. Glauben Sie, die Türken hätten mich laufen lassen, wenn sie mir auch nur die geringste Verbindung hätten nachweisen können? Was die Türken getan oder nicht getan haben, interessiert mich im Moment überhaupt nicht. Kassars Stimme war jetzt schneidend. Wenn Sie hier bei uns etwas ausgeheckt haben, vergessen Sie es, Bloom. Ein Kunstraub auf Malta verstößt nicht nur gegen die Gesetze unserer Demokratischen Republik. Er wendet sich direkt gegen den katholischen Glauben des Volkes. Und die Strafe dafür können Sie in einem Leben gar nicht verbüßen. Er warf den Ordner verächtlich in die Ablage. Die Fliege schiss auf das Ohr des Präsidenten. Bloom stand auf. Ich bin kein Kunsträuber, Inspektor Kassar. Was immer Sie sind, Mr. Bloom, Sie werden kaum noch Gelegenheit haben, hier tätig zu werden. Wie ich schon sagte, Ihr Visum läuft in drei Tagen ab und ich würde mir an Ihrer Stelle keine großen Hoffnungen machen, ein neues zu bekommen. Vielleicht können Sie Ihre schöpferische Pause ja in Italien weiter ausdehnen. Die Tür ist dort drüben. Ich werde mich bei meinem Botschafter beschweren. Viel Spaß dabei, Mr. Bloom. Aber vergessen Sie nicht, Wenn Sie eine Stunde nach Ablauf Ihres Visums noch auf Malta sind, kann Ihr Botschafter Sie in Kordin besuchen. In Kordin? Dort liegt unser Zivilgefängnis, Mr. Bloom. Als der Moskito in den Lichtkegel der Nachttischlampe geriet und direkt vor der Wand schwirrte, nahm Bloom ein Pornoheft und schlug ihn tot. Die Tapete des Hotelzimmers war mit plattgeschlagenen Moskitos übersät. Bloom rieb das Heft am Bettpfosten ab und gab es dem Pakistani, der auf der Überdecke saß und ihn mit Augen beobachtete, die älter waren als Pakistan. So alt wie alles zwischen Mann und Frau und Moskito in der Dämmerung. So ist das Leben, sagte Bloom, hart aber fair. Ein interessanter Gedanke, sagte der Pakistani. Bloom holte das Päckchen HB aus dem Blazer, steckte sich eine Zigarette an und hielt die Schachtel dann dem Pakistani hin. Ich rauche nicht, sagte der lächelnd und legte den Kopf schief. In der Dämmerung wirkte seine Haut noch dunkler. Er trug einen grünen Anzug aus Kunstseide und Leinenschuhe ohne Socken. Sein langes, fettiges Haar, da und dort schon angegraut, lag wie ein Kranz um sein faltenloses Gesicht. Da haben Sie recht, meinte Bloom. Sex ist gesünder. Er sah auf seine Armbanduhr. Den ganzen Tag habe ich allerdings nicht Zeit, Mr. Wach. Hack, verbesserte ihn der Pakistani. Hassan Abdul-Hak. Untertitel.